So meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer spacigen und gruseligen weiteren Folge Dead Space 3. So, das ist schon wieder eine Woche her, wo wir gedaddelt haben. Folge dessen muss ich mich erst mal selber wieder akkulatisieren damit ich überhaupt weiß, wo wir stehen geblieben sind und wo wir überhaupt hin sollen. Alles klar, da sollen wir hin. Was haben wir denn als letztes gemacht? Wir sind mit Shuttle zum anderen Raumschiff geflogen. Ich glaube, da sind wir auch stehen geblieben. Und gucken mal, dass wir hier... Upsi, Pupsi. Shuttle war es ja nicht direkt. Ähm, es war ja so mehr so eine... In der galaktischen Seil-Outer-Space-Bahn. Ach nee, wir haben das ja auch noch repariert, das Schiff. Nun kommt all meine Erinnerung wieder zurück. Oh! Und wir hatten eine Schulpfinde gefunden. Uh! Ach, das ist das hintere Teil jetzt vom Schiff, was? Gib Gas, Junge! Verarschen? Oh, meine Frösche hier. Was ist so los? Schrofflinde, was? Und Tier macht nichts kaputt, wa? Gut. Das war's. Alien Invasion Nummer eins erst mal ausgeschaltet. Neutralisiert. Ja, warte mal, ich möchte das hier ein bisschen muckeliger machen an meinem... So. Ich bin gleich viel muckeliger. Wat? Was ist denn das? Was ist das hier? Hallo? Ist da ein Alien da? Hallo? Aliens! Was? Wahrscheinlich müssen wir hier runter, was? Ja! Ne! Oh! 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 Es geht nach oben! Es geht nach oben! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Schrotkuckl hier! Plasmakateur da! Überall ist Spaß, ja, ja! Okay. Auftanken. Steck ihn rein, ne Pümmel. Was? Können wir ihn nicht reinstecken? Müssen wir selber reinstecken? Was? Was ist das denn? Unrealistisch, wa? Dass man den... Inventar ist voll. Upgrade-Platine. Upgrade-Platine. Wäre mal super, wenn das Inventar nicht so voll ist. Was haben wir wieder in Überfluss? Medis. Medi-Packs in Überfluss. Sollte ich mich mal eines Tages zwischen einer Update-Platine und Medi-Pack entscheiden, wo ich noch 35 Mal Medi-Packs habe, sollte ich mich immer wieder für Update-Platinen entscheiden. Definitiv. Würde ich mal drauf. Was ist denn das? Metall? Metall. Alle klar. Was? Manuelle Verbindung. Ich kann ihn gar nicht manuell... Manuell verbinden. Ich möchte aber so gerne. Aha. Ja, was denn auch sonst, ne? Wenn das nicht Kinese ist, was wäre das dann? Hab ihn voll reingesteckt. Und der hat's gesehen. Ach, das kann doch nicht sein! Ach, das kann doch nicht sein! Schön, ich hab ihn reingesteckt. In Gebrauch. Das ist schön, wenn ich ihn reingesteckt hab, ist er erstmal in Gebrauch. Das find ich toll. Okay. Das kann ich übrigens gut, Dinge... Ja. Einstecken. Also... Karten, Kartenschlitz. Ähm... Lego-Puzzle zusammen puzzeln. Uiuiuiuiui! Willst du mir etwas sagen, du bist wieder aufgestanden? Lalalalala... Okay, der Tank ist voll. Was ist noch mal? Schon besser. Okay. Ich versuche, den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung. Es könnte heiß werden. Oh, okay. Tämliche Uralt-Technik, die taucht rein. Oh Gott. Äh, Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Warte, wohin? Wie komme ich denn dahin? Oh, Mama! Warum macht die denn das? Ja, genau. Er hier wieder. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Okay. Wo bleibt der Aufzug, Mann? Was ist denn das? Ah! Ja! 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 Ah! Hätte ich mich jetzt nicht angeschossen. Wie der da so durchflatschen hat. Das ist ja. Leer. Keine Munition mehr von Elk, was? Ach so. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Wie kann mir mal einer verraten, wie ich da durch soll? Und außerdem brauchen wir noch nicht so wenig Motivation. Und jetzt erzählen wir nicht, dass ich den Vogel nochmal besiegen muss da. Das kann ja auch nicht sein, wa? Ach, das würde ich gar nicht. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Ich verstehe nicht, warum dieser... Ach so. Der war auf dem Quatsch die ganze Zeit da. Oh je. Ach, hey, je. Ich dachte, das war... Oh, Mann. Okay. Okay, Tom. Irgendwann wird es jetzt auch nochmal schaffen, Tom. Ah! Mann, kann das mal auswählen zur Brust? Erinnert er mir? Wo muss ich denn hin jetzt? Aha. Oh Gott. Ja? Mann, Gott. Willst du mich verarschen, Junge? Oh Gott. Ja. Meine Güte. Ja. Ja. Wieso schön hier alles brennt, ne? Mach die Facktür auf. Ja, hör auf, Mann. Ach so, ich brauch Dings. Die Unsterblichen hab ich schon wieder ganz vergessen hier. Ei, ei, ei. Da steckt was im Antrieb fest. Ich mach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff? Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Kann ich das benutzen hier? Ich hätte mir vorgestellt, dass ich das nutzen kann. Ah, jetzt kann ich das. Okay. Isaac, der Schattel wird jede Minute starten. Was ist mit dem Rohr? Der Antrieb hakt immer wieder. Ich versuche ihn so schnell wie möglich freizubekommen. Oh Gott, der finale Countdown hat begonnen. Isaac! Ich bin fast da. Das Scheißteil hat sich im Antrieb verkeilt. Hä? Ist das gut oder schlecht? Ich glaube eher schlecht. Der Weltraum. Unendliche Scheiße. Geschafft. Er hat's geschafft. Gut gemacht. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Aha. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Alter, willst du mich verarschen? Eine Mine. Warum gibt es hier Mienen? Drückst du Y zum Boden ausrichten? Genau. 68 cm. Ist das, wo wir hin müssen? Oder wurden die da unten wahrscheinlich? Wie war das nochmal mit diesem Sprung da, mit diesem Kacksprung? Ich hab das schon wieder vergessen, dass ich da andocken kann. Ist dieser verkackte Raum, oder wo muss ich hin? Was ist das hier? Das ist das Shuttle? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer noch. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie es sagen. Okay, und wo wäre das jetzt? Ziel hinzugefügt. Brücke Dings für Details. Bug Board. Backbord. Laut Captain Noten ist es total, es fehlen einige Töne. Der große Töne. Der große Töne. Der große Töne. Der große Töne. Der verlassen wir schon wieder umtreiben. Ja, alles klar. Aber wo muss ich denn hin? Was? 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 Oh, Alter. Das sind Sauerstoffpumpsen. Aber wie kann ich mich denn jetzt nochmal erden? Wie war das nochmal? Achso, dann kann ich mich noch zum Boden ausrichten. Okay. Aber wie war das nochmal mit dem Festmachen? Das muss ich nochmal ganz kurz sehen. Web-Up-Steuerung. Maus-Uffindlichkeit-Steuerung-Enden. Wie war das denn nochmal? PK-Modul. Das Ding ist 0-Sprung. Alt. Alt-Rechts. Okay. Da waren ja ein paar von diesen Unsterblichen noch mal am Start, wa? So? Meine Güte. Meine Güte. Soll ich doch wieder da hin? Warum sagt er, ich soll da wieder hin? Aber da komm ich doch her und ich will da gar nicht mehr hin. Zählt hier eigentlich überhaupt irgendwas, was ich will? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, komm schon. Ja. Was? Du sollst mir die Richtung zeigen, du Pimmel. Ja, 12 Meter. Ach, der Shuttle, ne? Ja, ja. Ja, ja. Bzw. nicht Shuttle, sondern diese komische Fähre. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, ja. Ist das eine geile Idee damit? SK1P. So, wo sollen wir denn hin? Ach so, da, 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 wo der Pfeil ist, sind wir gerade. Wo sollen wir eigentlich hin? Wart nochmal, wo sollen wir hin? So, einmal nochmal checken, wo wir hin sollen. Mission. Wissen wir denn, wer die Greeley ist? Oder wer die Greeley ist? Okay, wir, die, und der Team ist ja auf der, Rowan Oak. So, das ist die Brunzhilde. Und das ist die Greeley. Also zeigen die Pfeile immer an, wo wir hin sollen tatsächlich dann, ne? Ja, dann los. Das ist schon mega geil gemacht, durch die Trümmern zu fliegen und so'n Scheiß, ne? Das ist nicht schon echt nice. Macht richtig Spaß, ne? Und da sind wir schon. Schade, dass man nicht viel sehen konnte von diesen Raumschüssen gerade. Nur Trümmern. Ja, ist halt so, ne? So. Jo. Verlassen. 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 Mit F. Verlassen. So, die Greeley. So, sind wir jetzt da? Und wo ist unser Ziel? Du solltest erst mal unser Ziel zeigen. Da. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich hab alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Die Frage ist ja, wo ist dieses Antriebsding ins Kirchen? Da ist der Vogel. Wo kann ich den, wo kann ich den angreifen, dass ich den wegtragen kann? Bin mir beschossen, Leute. Ne, das ist nicht so einfach. Da brauchen wir schon das richtige Symbol dafür, ne? Aber wo ist denn das? Wir werden hier voll im All noch verrecken, bevor wir dieses scheiß Antriebsding ins Finden. Warte mal. Ne, auch nicht. Ich dachte, da war ja das. Warte, warte. Stopp, 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 stopp. Ich warte sehen. Das war wahrscheinlich sein... Ich finde hier das Antriebsteil nicht, wo ich... Also das... Das Kilikinesendings da, Bumster, wie ich das denn jetzt wegschleppen kann. Was ist mit dem Sauerstoffvogel? Wieso kann ich das nicht nutzen? Aber er beschießt uns. Da sollen wir den hinmachen. Aber wo ist das Antriebsteil davon? Also, ihr wisst, was ich meine. Ich muss mich ja nicht in der Richtung holen. Da kann ich gar nicht erst rein. Und wir werden hier gleich verrecken, weil wir hier einfach keine Luft mehr kriegen. Kann der Sauerstoffbumsen? Wie nehme ich das denn? Warum nimmt er das nicht? Nimm es doch. Du verrückt, Junge. Sauerstoff ist genau vor dir. Nimm es mit. Oder ist mein Ding schon wieder so voll, dass ich da nichts... Hallo, Inventar. Nee, kann ich... Nee, irgendwie kann ich das nicht nehmen. Kann ich das nicht usen? Wie kann ich das denn usen? Wie blöd. Alles blöd hier. So, erzähl mir mal wieder was. So. Da ist es doch. Okay, so weit, so gut. War das alles? Nee, wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch was. Vorher verrecken wir aber, weil wir keine Luft mehr kriegen. Ja. Und ich verstehe nicht, wann das mit den Sauerstoffbums nicht geht. Steht da irgendwas drinne? Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.